Für Matthias Ginter könnte es im Moment kaum besser laufen. Klassenerhalt mit Freiburg in der abgelaufenen Bundesliga-Saison und jetzt die Nominierung für die WM in Brasilien. Bundestrainer Joachim Löw berief den 20-Jährigen in seinen 23-Mann-Kader. Und nach der Weltmeisterschaft könnte für Ginter das nächste Highlight in seiner noch jungen Karriere kommen. Ein Wechsel zu Borussia Dortmund. Die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Sein Traum von einem möglichen Champions-League-Finale wird dadurch vielleicht schon bald Realität. Davon träumt natürlich jeder, jeden Spieler im Fußball, der Titel gewinnt, will Erfolg haben. Champions-League, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft mehr geht, denke ich nicht. Das sind natürlich auf jeden Fall Ziele, die jeder Fußballer eigentlich hat auf dem Niveau. Champions-League-Finale, mit welchem Verein möchtest du das erreichen? Das stimmt, ja. Das wird man dann sehen. Generell will man ja nicht nur das Champions-League-Finale erreichen, sondern dann letztendlich auch gewinnen. Aber das wird man dann sehen, hoffentlich klappt es dann irgendwann mal. Ja. Ja. Ja.